Liebe Freunde, wir begehen diese Tage das 62. Jubiläum des Staates Israel und dabei sollten wir uns bewusst machen, dass die bisherige Tappe lediglich ein Komma in der Chronik der jüdischen Geschichte darstellt. Und ich bin sicher, dass der jüdischen Stadt noch eine sehr lange Existenzvergrund sein wird. Aber unser diesjähriges Stadtjubiläum gibt Anlass, um Rückschau zu halten. Vor 150 Jahren wurde Theodor Erzel, der geistige Vater des Zionismus, geboren. Wir haben im Vorfeld der Stadtgründung und seit der Proklamation der Unabhängigkeit Israels eine Rasantentwicklung in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und auf andere Gebiete vorzuweisen. Dennoch, die Herausforderungen und Ziele der zionistischen und jüdischen Ideen konnten nun noch nicht vollständig umgesetzt werden. Doch ich glaube an die großen positiven Entwicklungen, die sich deutlich abzeichnen. Ich glaube an Israel als einen kulturellen Ort, an ein Land, das Millionen von Einwanderern integriert hat. Ein Wanderer, die in unserem Land ihre Kreativität umsetzen und aktiver Teil der Gesellschaft werden. Eine Gesellschaft, die vor allem frei und demokratisch ist und sich danach sennt, mit unseren palästizienischen Nachbarn in Frieden zu leben. In das Jahr 2010 fällt zudem das 45. Jubiläum der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen. Unsere beiden Länder sind sich auf vielen Ebenen einig und teilen die gleichen demokratischen Werte und Prinzipien. Natürlich haben wir manchmal unterschiedliche Altungen. Das ist legitim. Das Wichtigste ist jedoch, dass uns ein grundsätzlicher Konsens verbinden. Der Verpflichtung gegenüber der Freiheit des Menschen, der Demokratie und dem Frieden. Vor einigen Tagen begingen wir in tiefer Traum der Yoma Shoah, in Erinnerung an alle Opfer des Holocaust, erstand unter dem Zeichen der Stimmen der Überlebenden. Deren Schicksalberichte von dem schrecklichen Leiden und Horror, das über das jüdische Volk er einbrach erzählen. Nun begehen wir einen Tag vor Yoma Zmaut, den Yoma Zikaron, im Gedenken an die in den Kriegen und bei Terroranschlägen gefallenen Soldaten Israels, die unsere Existenz erkämpften und verteidigen. Diese beiden Tage des Gedenkstwirr bestellen unsere Identität, um aus vollem Erzen und in ganzer Freude in die Feiern des Yom HaZmaut einsteigen zu können. Ich größe Sie herzlich aus Berlin, erfüllt von Stolz und das jüdische Volk und der Stadt Israel. Ich danke Ihnen vor Erzen für Ihre Unterstützung und Ihre Solidarität an Israels Seite und blicke mit Ihnen in eine friedliche und sichere Zukunft für Israel. Ich wünsche Ihnen, Ihren Freunden und Familien, einen Yoma Zmaut Sameach.